hallo und ein herzliches willkommen zu diesem video das wird ein reaction video sein zu den sachen die ich jetzt heute morgen finde heute morgen finde jetzt haben wir 10 uhr in deutschland 6.8 2022 und was sind jetzt die schlagzeilen und neuigkeiten über alex jones also dazu könnte man viel sagen und ich möchte mal gucken wo die reise jetzt hingeht alexander americ jones ist ein us-amerikanischer rechter radiomoderator unternehmer und verschwörungstheoretiker per online marketing vertreibt er produkte die zum teil im zusammenhang mit den von ihm verbreiteten verschwörungstheorien stehen das heißt es auf wikipedia zu ihm er wurde 1974 geboren und ist jetzt 48 jahre alt also 74 jahrgang der ist also zwölf jahre älter als meine wenigkeit ja und das ist schon eine ganz schön komplexe angelegenheit auch noch heiße angelegenheit mit alex jones und jetzt fällt mir erst mal direkt auf rechter radiomoderator also als ich den vor zehn jahren noch zugehört habe da war schon längst das umdenken im gange das auch mit dem ich auch gestartet habe also ich sag's mal so 2001 habe ich die ersten verschwörungstheorien gehört in der schule das war nach dem 11 september da habe ich das erste schon gehört was es da so gegeben hat das war andere sachen die jetzt nicht unbedingt mit dem 11 september zu tun hatten sondern mit tupac und da wollte ich aber selber obwohl ich selber opfer von vorurteilen war die man mit der satanic panic zusammenziehen kann oder mit massenhistorie je nachdem auf jeden fall ja da war alex jones für mich also anders gesagt ich bin in dieses rabbit hole reingegangen mit der annahme ja da kann was dran sein ich möchte keine vorurteile über die menschen haben die mich vor mit vorurteilen behandeln also versuche ich mal zu gucken was ist bei denen da zu holen gibt sage ich das mal so ich habe halt angenommen tschuldigung dass es anti jüdische ja das ist ein anti jüdischer verschwörungsmythos ist das habe ich so noch nicht benennen können aber ich wusste schon das hat mit judenhass zu tun wahrscheinlich und als man sich dann damit ein paar jahre später auseinander gesetzt hat habe ich festgestellt aber das ist nicht so offen da ist ja was ganz anderes worüber geredet wird und da muss man erst mal so die ganzen sachen beleuchten um dahinter zu blicken das hat jahre gedauert jedenfalls will ich hier sagen 2012 gab es eine money bomb im oktober dass das war 48 stunden stream gewesen mit alex jones und da hat er eine money bomb gemacht bedeutet der hat so lange ein live stream gemacht vor 48 stunden ungefähr um eben geld zu spenden geld spenden einzunehmen von seinen zuhörern und das hat auch gut gewirkt weil danach hat er sich sein studio neu eingerichtet und und das war im oktober 2012 da habe ich mir das komplett angesehen fast fast komplett auf jeden fall habe ich da auch schon meine zweifel so gehabt mit denen ich ja auch gestartet habe als ich da reingegangen bin deswegen fällt mir das umdenken wahrscheinlich leichter als anderen menschen jedenfalls möchte damit gesagt sein zwei monate später kam es dann zu dem sandy hook massaker und dem sandy hook pr desaster für alex jones da hat das angefangen wo er auch gesagt hat dass das krisen schauspieler sein können weil das ist immer so seitdem ist das immer so dass gesagt wird wenn ein terroranschlag passiert auch hier beim boston marathon bombing da gab es auch immer wieder diese diese verschwörungstheorie sage ich mal dass es eine false flag sein soll weil immer wenn was passiert es geht eine bombe hoch oder jemand läuft amok sofort als es eine false flag die regierung die will uns unsere waffenrechte einschränken und uns die waffen wegnehmen und das geht immer in diese schiene rein sofort in diese denkschablone sobald was passiert und dann ist das halt jetzt dann so bei seinen bei seinen neueren fans weil er es gab ja ein wandel von alex jones und da ist das halt so also es gibt immer wieder ein wandel und er und der kern von ihnen der ist von vornherein schon schlimm gewesen das muss man aber erst mal erkennen jedenfalls ist das halt so dass seine fans die jetzt neuer neuerdings mehr so rechte sind seit gut zehn jahren sage ich mal vor war das mehr libertär da ist das halt so dass wie gesagt sobald was passiert dann wird gesagt es ist eine false flag obwohl die ermittlungen noch laufen aber sofort false flag false flag false flag false flag false flag das ist eine verschwörung bla 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 sofort wird herum herum posaunt und herum schwadroniert das ist alles hier die böse regierung man muss jetzt wütend sein auf die regierung das ist immer das gleiche und dieses schema das ist so weit verbreitet dass selbst er mal bei Joe Rogan in der show gesagt hat also alex jones hat gesagt dass selbst seine fans bullshit glauben den er nicht mehr her werden kann so gesehen und wo er selbst nicht so dran glauben würde naja ich werde mal jetzt gucken wo die reise hingeht weil ich habe jetzt selber noch keinen großartigen plan ich habe nur ein paar sachen schon mal rausgekramt die ich dazu gelesen habe als das jetzt neu war also schlagzeilen alex jones zu 45,2 millionen us-dollar schadensersatz verurteilt vor acht stunden kann man hier sich mal angucken ich habe jetzt nur kurz alex jones bei google eingegeben da könnte man auch mal gucken nach den knebel verträgen und seinen mitarbeitern weil er behandelt seine mitarbeiter wie dreck wie auch seine familie meiner erst erachtens als narzisst wie dreck behandelt aber er sagt immer die anderen bösen politiker sind die bösen narzissten aber er selber ist ja lumpenrein lumpenrein äh lupenrein meine ich ach ja so ein lump halt der verdreht halt die wahrheit und sagt selber das sei die wahrheit naja also jetzt gehe ich mir erstmal hier drauf alex jones das ist von gestern das habe ich gestern gelesen washington examen alex jones moved money into shell company after being held liable in court case oh was ist denn das ich will jetzt nur kurz was hier sagen hier bernhard pettingill a witness for the sandy hook families and economic consultant and former professor of economics at the florida institute of technology said jones began jones began moving 11 000 dollars a day into shell companies in september 2021 after being held liable for the cases involving defamation surrounding the shooting also er hat zwölf erst mal zwölf 2012 hat er seine money bomb da gehabt da hat er sein studio neu eingerichtet da richtig kohle gemacht neuerdings gab es irgendwann wieder eine money bomb von einer kurzen zeit habe ich aber nicht verfolgt jedenfalls hat er dann wo gesagt wurde dass er dafür gerade stehen muss da hat er dann september 2021 angefangen jeden verdammten tag 11.000 dollar into a shell company also eine irgendeine firma da rein zu stecken ich weiß jetzt nicht genau was shell company bedeutet aber er hat das geld halt verstecken wollen er wollte das geld verstecken dieser elende lump naja das ist schon mal hier diese sache das mache ich jetzt auch direkt zu also er wollte das geld weg haben jetzt habe ich da habe ich das jetzt hier during his testimony jones was confronted with a memo from one of his business managers outlining a single day's gross revenue of eight hundred thousand dollars from selling vitamin supplements and other products through his website which would approach nearly three hundred million in a year jones called it a reckoned sales day also der hat da irgendwie am einen einzigen tag 800 scheiß us dollar mit seinen vitaminen mit mit seinen fake vitamin sage ich mal dazu gemacht fake supplements halt nahrungsergänzungsmittel da hat er 800.000 dollar mitgemacht in einen einzigen tag 300 millionen im jahr also ist er dieser schlangen gift verkäufer der macht damit richtig kohle er macht den menschen angst er sagt die böse regierung die die steckt florid ins trinkwasser damit die gehirne kaputt gehen von den kindern und von allen damit alle dumme schlafschafe bleiben die man besser mit mind control kontrollieren kann deswegen ist florid im trinkwasser das ist immer ganz groß gemacht worden weil es geht da immer um einen gehirnschaden der auch wissenschaftlich nachzuwiesen sei dass florid einen gehirnschaden anrichten kann aber dann hat er selbst in seiner eigenen scheiß familie mit narzisstischen missbrauch wahrscheinlich einen gehirnschaden anrichten können bei seinen kindern bei seiner frau aber darüber redet dieser elende lump nicht ich könnte noch schlimmere sachen über ihn sagen aber das will ich jetzt nicht und dann ist das eben noch so auch dass bei seinen mitarbeitern es knebelverträge gibt und er auch gegenüber schwarzen sich abfällig verhalten hat und auch über juden da witze gemacht worden sind kann man alles selber mal recherchieren wenn man möchte und eben wie gesagt diese sache mit diesem narzissmus das ist eine auch eine sache die wichtig ist also narzissmus psychopathie heißt es immer die bösen die bösen psychopathischen satanisten sind das die satanisten alt ähm teufel die dämonen sagt er auch dazu das sind ja alles die bösen aber er ist er ist hier der gute christ der hier alle vor den teufel retten möchte und aber er steht nicht zu seinen eigenen schandtaten und sagt immer ja ich habe einen fehler gemacht aber vergesst das besser ich mache wieder weitere fehler gewöhnt euch dran naja jetzt haben wir dann hier inforoars oder ich gehe mal erstmal hier skeptiker die skeptiker haben jetzt hier was gepostet am 5. august 2022 this is not your show der verschwörungsideologe Alex Jones muss 50 Millionen an seine Verleugnungsopfer zahlen also 45,2 Millionen wie es hier heißt und ähm ja verschwörungsideologe was für ein verschwörungsideologe ist jetzt genau Alex Jones wenn man das mal alles mal zusammenzieht das hat doch angefangen mit ähm mit seiner Karriere mit wie heißt das ach mit diesem Massaker durch die Regierung da ähm die böse Regierung ähm ich komme gleich drauf ich habe auch ein Buch dazu hier das habe ich mir jetzt geholt Religious Intolerance in America edited by John Corrigan and Linz S. Neal Documented History ein wissenschaftliches Buch und da steht das drinnen ich komme gleich drauf ich habe es gerade vergessen ähm ich habe es gerade im Kopf aber ich muss das eben lesen und da steht hier auf jeden Fall drinnen ach äh 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 Branch de Villians Waco das war Waco gewesen die Branch de Villians das war auch so eine religiöse Sekte gewesen und äh Waco hat äh Alex Jones auch viel drüber gemacht und der hat ihm sogar irgendwie geholfen spenden zusammen glaube ich wenn ich richtig liege um eben eine neue Kirche zu bauen weil der Compound der Sekten Compound der wurde ja abgefackelt sage ich das mal so dazu und ja da ist auf jeden Fall schon mal die Lage so dass es christlich motiviert ist bei ihm so christlich ideologisch fundamentalistisch er hat auch Sektenmenschen geholfen ich kann dazu jetzt nichts genaueres sagen über die Branch de Villians muss ich mich noch selber schlau machen jedenfalls ist da zumindest schon mal die Hinsicht so dass ja bei Alex Jones ist das alles überchristlich das ist Satanic Panic was er betreibt er ist in meinen Augen ein Propagandist ein Ideologe der Satanic Panic unserer Zeit er hat das richtig groß gemacht er hat das wirklich richtig groß gemacht und glaubt dass Obama nach Schwefel riecht und Hillary Clinton und das ist eine Anspielung darauf dass die vom Teufel stammen dass die damit zu tun haben dass das Dämonen sind der glaubt das oder der verbreitet so eine Scheiße und dann glauben das andere Leute die daraus irgendwie äh sich ableiten sie müssen dagegen was unternehmen mit Gewalt naja this is not your show aber das ist alles keine Show bei Alex Jones der ist so der ist so wie seine Frau das gesagt hat seine Ex-Frau Kelly Jones naja ähm angestachelt wurde dieser Trufer Mob maßgeblich von Alex Jones naja der Trufer Mob der Wahrheits Mob da kann man auch Erik Hofer mal zitieren oder darauf mal hinweisen zumindest Erik Hofer und der wahre Gläubiger the true believer hm ja der wahre Gläubiger in seinem Fanatismus das ist das nämlich diese Wahrheitsverbreitung dieser Wahrheitsanspruch das geht darauf zurück dass das fanatisch ist das wird fanatisch aber die Leute die darin sind die glauben die seien die Guten und die würden wirklich die Wahrheit voranbringen müssen weil die halt unterdrückt werden würde naja und so weiter ne ja und was passiert denn jetzt wenn man Infowars mal anklickt also jetzt wird mir gerade keine Werbung angezeigt aber gerade wo ich hier drauf gegangen bin sofort Werbung ach wie geht denn der Scheiß jetzt hier weg da oben weil er hat jetzt auch einen Film draußen da get the historic film that document the rise of the human resistance secure your copy now ich gehe da mal drauf weil ich möchte darüber reden jetzt haben wir jetzt haben wir den Infowars Store wo es nichts über Psychologie gibt es gibt da nichts über Psychologie zu erfahren es gibt da nur Verschwörung 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 aber über Psychologie gar nichts nur Psychologie böse 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 und jetzt hat man dann hier ach unseren Narzissten allein wenn ich mir schon das hier ansehe ich mach mal das Bild groß ich sag du groß jetzt hat man dann hier Alex Jones Alex Jones ich trauche hier eine fette Zigarre ich bin hier the man I am the man ich bin der Volk äh der Mann des Volkes ja ich sag die Wahrheit hier ich bin Alex fucking Emmerich Jones und das ist mein Krieg das ist mein Kampf äh documentary bei Alex Lee Moira uh ich werde mir das mal vielleicht mal angucken wenn ich es online finden soll vielleicht reagiere ich da drauf mit einem Video mal gucken ich weiß es noch nicht ich werde den auf jeden Fall mal mehr analysieren den Alex Jones weil ich kenne ja Alex Jones mittlerweile ziemlich gut so wie er so was er so für Sachen sagt weil früher war das so gewesen da hat man Alex Jones gesehen so ein Stream der geht ein paar Stunden seine Radiosendung zwei drei Stunden manchmal auch vier da hat man sich das angehört und wenn man sich das immer und immer wieder anhört irgendwann kennt man das auswendig und irgendwann weiß man dann ja er erzählt ja die gleichen Sachen man braucht eigentlich gar nicht mehr zuhören weil er immer den gleichen Müll verzapft naja da ist ja was mit Knebelverträgen jetzt haben wir hier Infowars ja Jerry Hands Down Alex Jones Sandiuk Trial Bedikt und jetzt präsentiert er sich da so ich mach das hier mal auf wenn das gehen würde nein ich kann das Bild nicht aufmachen aber hier Save the First also hier hat er sich hier nach dem Urteil hat er sich jetzt hier Gaffer Tape ein Gafferband auf den Mund geklebt dass er ja die Wahrheit nicht sagen darf es ist ja alles jetzt sein Maulkorb den er da bekommen hätte ernsthaft das Verhalten alleine von ihm dieses Verhalten alleine dass er sich da jetzt so hinstellt in seinem in seinem Psychopathen Nadelanzug Streifen Nadelanzug sag ich mal dazu und dass er dann da Gaffer Tape hat die Sonnenbrille und dann da drauf steht Save the First damit ist der erste Verfassungszusatz gemeint das Recht auf Meinungsfreiheit soweit ich es in Erinnerung habe und damit sagt er doch er darf nicht sagen was er sagen will das was er gesagt habe hätte er sagen dürfen und dieses Recht auf Meinungsfreiheit dafür würde er jetzt bestraft werden oh mein Gott der hat es echt nicht kapiert er hat nicht gelernt er hat nichts dazu gelernt dieser also ich will dazu mal kurz was zeigen infowars.com jetzt haben wir hier die Infowars Seite und da gibt es ja auch immer so tolle Bilder ja ich zeige die Seite jetzt mal oh da habe ich es politische Cartoons oh Alex Jones ist hier der große Heini der große Splinter Cell war doch Splinter ne Splinter Cell ist ein Videospiel der große Meister Splinter ist die Alex Jones und die Infowarriors sind die kleinen Turtles Alex Jones ist unser Guru unsere Ratte unsere Ratte Entschuldigung aber Alex Jones ist hier unsere nette Ratte Splinter wenn man die Turtles kennt und die Infowarriors sind an seiner Hand oh Infowarriors ihr seid nicht schuld an Sandy Hook ihr habt euch nicht zu Schulden kommen lassen es ist egal dass ihr Morddrohungen gesendet habt ich bin Alex Jones ich bin euer Vater und ihr die ich damals groß gemacht habe mit meinen Worten ihr seid jetzt die großen Turtles ich bin jetzt alt und gebrechlich und ihr Infowarriors ihr helft jetzt euren Rattenvater das ist das doch hier was hier in diesem ich mach das Bild mal groß das geht hier da Alex Jones Infowarriors Alex Jones kleiner Ratte Infowarriors groß oh und das finde ich eine Verharmlosung von dem was passiert ist ich könnte schon wieder üble Schimpfwörter raushauen aber ich bin mal vorsichtig hier ja jetzt hat man dann hier das und ich will just shut the door thank you all right you may be seated I don't think that we necessarily need this part on the record just want to go over a few logistics for tomorrow kind of who your witnesses will be I don't have any of my paperwork here with me so just as long as everyone knows who the witnesses will be tomorrow tomorrow we'll be I don't think we've charged for tomorrow yet so we'll have to work on that is there any any changes to what we were given in the beginning you need to let me know today and just to be clear on the ruling is your honor's ruling about who the witness will be based on prior ruling regarding us presenting evidence of net worth so is there are there any do you expect any changes to the charge questions that were given to me before no your honor not from your side I don't think so ok then that'll be pretty easy and we'll work on that anything else not from the plan not from the plan alright so we'll see you tomorrow morning thank you very much everyone start at night like normal also das war das jetzt hier gewesen vom Donnerstag so weit ich es verstehe und mir fällt noch ein in dem Sorgerechtstreit muss das gewesen sein da ging es auch da drum oder auch mit Sandy Hook verknüpft das war auch wegen Sandy Hook dass Alex Jones ja nur ein Performance Artist sein würde und dass das gar nicht wirklich so seine äh echte ja dass es nicht so sein würde in seiner Alex Jones Show wie er sich wie er halt wirklich ist als Mensch aber seine Frau sagt was anderes er ist eben kein Performance Artist das was Alex Jones in seiner Sendung sagt das glaubt er auch wirklich und noch viel schlimmere Sachen naja jetzt habe ich hier Infowars aufgerufen oh Breaking Exclusive jetzt haben wir was Verbotenes ich mach das mal an The jury in Austin Texas just came in this evening with their verdict against Alex Jones and Infowars we're about to lay out the details on the other side I'm now going to read the answers given by those jurors given by those jurors just the answers question 1A fifty thousand dollars question 1B ten thousand dollars question 1C fifty thousand dollars question 1D no dollars question 2A one and a half million dollars question 2B five hundred thousand dollars question 3A one and a half million dollars and question 3B half a million dollars a verdict of the jury daran sollte man sich umbehalten the Democratic Party the entire corporate media lined up against Infowars and the American people's free speech the judge more than 20 times in the last week and a half in Austin Texas told the jury while I was there in the courtroom and it was on national TV that Alex Jones is guilty the lawyers for the plaintiffs asked for between 150 million and 3 billion dollars the jury came in this evening with 4.2 million dollars I admitted I was wrong I admitted I made a mistake I admitted that I followed this information but not on purpose I apologize to the families No you didn't I apologize to the families I was wronged on the I was wronged on the I was wronged on the Also, was ich den Familien angetan habe, war falsch, aber ich habe es nicht absichtlich getan. Ich habe nicht über Massenvernichtungswaffen oder was gelogen im Irak. Jetzt kommt da wieder hier mit an, die böse Regierung, die ist da am Lügen. Aber ich bin ja hier so klein, jetzt tut er das mal wieder relativieren. Also, er hat jetzt diese Anomalien hinterfragt, die er da gesehen hat. Und was ich noch weiß, ist, dass irgendwelche Zuschauer ihn aufmerksam gemacht haben, dass es ja gefakt sei. Und dann habe er das nur wiederholt. Und dann hat er sich darauf festgesetzt. Und dann hat, also er sagt einerseits, er hat da nicht so richtig dran geglaubt, aber andererseits hat er irgendwo mal gesagt, dass es alles Fake ist. Also, bei dem, der ist echt manchmal ein Buch mit sieben Siegel. Also, ich meine da mit einem Mysterium. Was der, mal sagt er so, mal sagt er so. Also, er kann jetzt nicht aussagen, wenn am Freitag, also gestern. Wenn da halt was gegen ihn entschieden wird. Er hat da nicht genug schon gesagt. Und er, und sein Lawyer, sein Anwalt kann keine Beweise jetzt vorlegen. Okay. Aber sind nicht schon genug Beweise gesammelt worden? Aber sollst du mich schon vornherein für schuldig befunden? Und hat der Jury gesagt, dass ich schuldig bin? Oh, will er jetzt sagen, die Richterin hat die Jury beeinflusst? Soll die Richterin jetzt sozusagen befangen sein? Nein. Soll die Jury jetzt befangen sein von der Richterin? Ist das jetzt das, was Alex Jones meint? Und jetzt sagt sie, wir können uns nicht in der punitiven, schuldigsten Gesicht. Ich vertraue in Gott. Ich vertraue in der Wahrheit, die rauskommen. Und am Ende des Tages, ich habe nicht all diese Millionen Dollar, die sagen, ich habe. Wir sind so breit. Deswegen macht er sich nicht um die 4.2 Millionen Dollar Sorgen. Auch nicht um die 50 Millionen, Digga. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Because they use these families as pawns. Ich könnte so eine Schellen, Alter. Weil die, 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 die Bösen, weil die ihre Familien als Schachfiguren benutzen. Was? Was? Die, die, die Familienmitglieder von Sandy Hook? Die ihn verklagt haben quasi? Die sollen zu ihm hingekommen sein? Ihn umarmt haben? Ihm die Hand geschüttelt haben? Und aufgewacht sein? Dass die manipuliert worden seien? Was? Und die eigenen Anwälte, die hätten zu den Familienmitgliedern gesagt, die die Wahrheit über Alex Jones erkannt hätten, hört auf, mit ihm sich abzugeben. Kommt jetzt hierhin wie Hunde. Quasi. Wie, wie, also er sagt jetzt, die, die ihn anklagenden Familienmitglieder von Sandy Hook, die seien wie Hunde an der Leine von den Anwälten gewesen und die hätten mit ihm gesprochen und die hätten erkannt, manipuliert zu werden, aber die sollten nicht die Wahrheit erkennen und so hätten sie die Leine strammer gezogen? Was? Und die seien Schachfiguren? On Video. On Video. I was wrong. Sandy Hook happened. I admit it happened. I'm proud of it happened. Because when I'm wrong, I admit it. I don't make mistakes on purpose. Also er macht keine Fehler absichtlich und er würde dazu stehen, wenn er was falsch macht. Der hat so viel schon falsch gemacht. Wir sind 95% akkurat. Wir machen nur 5% Fehler. Ähm. Nein. Das meiste, was bei Infowars für Propaganda geteilt wird, ist ein riesengroßer Fehler. Das allermeiste. Vielleicht ist da ein ganz kleines bisschen 0,0005% mal richtig, aber keine 5%. Alter. Beziehungsweise keine, noch nicht mal 5%. Keine 95% auf gar keinen Fall. Alter. Der stellt sich wieder besser da, als er ist. Weil wie gesagt, Religious Intolerance in America. Darüber spricht er nicht so wirklich, weil er ist ja der religiöse Überchrist. Oder hier Satanic Panic. Im Pursuit of Satan. Da kommt er auch nicht mit den Fakten rüber. Das ist das, worüber er redet mit den Satanisten, mit den Kindern, die da geopfert werden sollen, durch die Globalisten. Was ja eigentlich seit Bohemian Growth, so sag ich mal, was ja eigentlich so seine Propagandalinie ist. Das ist seine eigene Linie, die er die ganze Zeit vertritt. Das ist das eine Thema immer, um das sich alles dreht. Und da sagt er nicht, dass das eben schon Anfang der 90er Jahre mit diesem Buch zum Beispiel als Satanic Panic beschrieben wurde. Und ich werde auch noch hier ein bisschen mal rauszitieren. Das habe ich mir jetzt neu geholt. Wegen den sieben Wickerbriefen. Da steht was dazu drin. Also Religiöse Intoleranz in Amerika. Wissenschaftliche Publikationen. Aber darüber sagt er jetzt nichts. Hat er nie was gesagt. Er sagt immer nur, Dämonen, Dämonen, Teufel. Dann lädt er mal David Icke ein. Und David Icke redet dann von irgendwelchen anderen Dimensionen. Und dass die Vampire das Blut brauchen würden als Gestaltenwandler. Weil die müssen Blut haben, um ihre menschliche Form zu behalten. Das ist schon ziemlich schizophren. Auf jeden Fall. Nichts gegen schizophrene Menschen jetzt, will ich hier sagen. Aber ich will dir jetzt nicht über einen Kamm scheren mit dieser Verschwörungsscheiße, die hier verzapft wird in großer Propagandamanier. Aber ich möchte halt sagen, das ist schon wirklich ein schizophrenes Weltbild. Irgendwo. Also wegen so einem schizophrenen Wahnbild. Weil demnach sollen laut David Icke die Politiker Echsenwesen sein, Vampire, die das Blut brauchen würden, um ihre menschliche Form zu behalten. Weil sonst würden alle sehen, dass sie Echsen sind. Dass sie Echsenmenschen sind. Und das ist einfach ein Wahnbild, den sich da hingegeben wird. Und daraus wird ein Verschwörungsmythos gemacht. Das wird als Wahrheit verkauft. Verkauft. Und ein Riesengeld rausgemacht. Und dann passieren Sachen mit Hass. Und dann wird aber nicht der Hass thematisiert. Dann wird nur thematisiert, oh, wir sind die armen Opfer. Es geht gegen uns. Obwohl der Hass von uns kommt. Fickt euch, Mann, ey. Fickt euch. Okay, jetzt habe man der Familie und den ganzen Leuten, hätte man jetzt zugeschnittenes Material gezeigt. Man hätte ihnen nicht die ganze Infowarsendung gezeigt. Will er jetzt damit sagen. Weil es geht ja vier Stunden. Man hätte das ja nur zurechtgeschnitten, um das in eine Schablone zu Oh, da ist die Schablone wieder. Um es in die Schablone zu pressen. Und es beckfriert in ihrem Gesicht big time. Und es beckfriert. Und es sei ihnen selber wieder um die Ohren geflogen, was die da verzapft haben. Weil die Familien würden jetzt die Wahrheit erkannt haben. Bitte was? Die Wahrheit von Alex Jones? Ich habe es gesagt. Guck mir in die Augen und sag mir, dass du nicht lügst, Alex. Ich traue ihm trotzdem nicht. Oh, also sind sie nicht hassvoll, nicht satanisch. Nicht satanisch, hat er hier gesagt. Das ist immer, das ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Himmel und Hölle, würdest du sagen, bei Alex Jones. Er ist hier unser, er sagt zwar immer, er will nicht so im Rampenlicht sein und hier dieser Ritter des Rechts, sag ich mal dazu, aber genau das ist er, das will er doch als Narzisst. Er will doch die Aufmerksamkeit. Deswegen macht er das doch. Und jetzt sagt er hier, dass da irgendwie es da eine Organisation gibt, wahrscheinlich von Sandy Hook Family Mitgliedern, von einem Sandy Hook Familie, dass es da gibt es eine Organisation gibt, die es nicht über Waffenrecht und so, sondern die geht nur darauf ein, oder die setzt sich dafür ein, dass man sich für Liebe einsetzen soll, dass es den Kindern beibringt, was Liebe und Compassion, also Empathie, aber bei Empathie ist das so eine Sache, darüber kann Alex Jones viel reden, aber ich glaube eher, dass er über kalte Empathie verfügt, über Cold Empathy und dass er deswegen sich da durchaus reinversetzen kann, es aber selber nicht spürt. Das ist so meine These, auch wenn Narzissten Empathie lernen können, wie man dazu ja auch in der Forschung was lesen kann. Aber ich bin da eher vorsichtig, gerade bei Alex Jones, weil der ist ein richtiger Wendehals. Lewis, also jemand, der Lewis heißt und mit Sandy Hook zusammenhängen. Damit will er jetzt sich verbinden, er will am Freitag denen die Nummer gegeben haben, weil das ist ja vom Donnerstag das Video, wie ich es verstehe, und dann will er jetzt jemand von Sandy Hook die Hand gereicht haben, die Nummer geben und von ihm, damit man sich verbindet und nächste Woche jetzt, also nächste Woche, da will man dann jetzt mit Sandy Hook, mit jemandem von Sandy Hook sich zusammensetzen, Geldeinnahmen produzieren, Spenden sammeln und das dann auf die Strafe drauflegen, on top. Aber wenn jetzt diese 40, aus diesen 4 Millionen, wenn da jetzt 45 Millionen draus geworden sind und er ja dieses Geld nicht haben soll, wie will er das dann da drauflegen, wenn er eh zahlungsunfähig sein soll? Okay, es geht um eine Frau Louis, wie ich es verstehe, er redet ja immer so schnell. Sie hat ihr Kind verloren. Und ich werde diesen Leuten nicht erlauben, dass sie mich falsch darstellen. Also er meint jetzt wahrscheinlich nicht die Sandy Hook Leute, also die Familien, die davon betroffen sind, sondern er meint Menschen, die darüber reden und Entscheidungen treffen. Und die behaupten, dass ich der Sandy Hook Mann bin. Also Sandy Hook, das hat einiges mit Alex Jones gemacht. Wird er seine Verantwortung lernen? Wird er jetzt Verantwortung lernen, übernehmen zu können? Er hat viele Fehler gemacht. Und der große Fehler ist eben, dass das alles auf eine Lüge aufgebaut ist, auf der Satanic Panic. Seine ganze Arbeit ist auf der Satanic Panic aufgebaut. Das kann man so sehen, wirklich. Das kann man so sehen. Ich habe ihm jahrelang zugehört. Ich weiß, was er so vertritt. Ich weiß, dass er gute Ansichten haben kann. Dass er auch das Gute verstehen kann. Aber er hat sich selber in seinem Weltbild festgefahren. und er ist so eine große Medienmacht geworden, alternative Medienmacht, dass es ihm wahrscheinlich schwer fällt, da mal von Abstand zu nehmen und zu sagen, oh, alles, was ich gemacht habe, war ein Fehler. Nicht nur Sandy Hook. Es soll ja eigentlich darum gehen, dass man Korruption enttarnt. Das sollen sie machen, die sollen Korruption enttarnen. Nichts dagegen einzusprechen. Aber was da für Sachen, für Narrative geteilt werden, verbreitet werden, in die Köpfe gepflanzt werden, das ist total falsch. Scarlett Lewis und noch wie jemand. Also wie ich es jetzt verstehe, wird Scarlett Lewis nächste Woche bei Alex Jones vielleicht ein Interview haben durch Alex Jones. Eieieieiei. Da hat er sich ja was vorgenommen. Also, ich bin dann hier jetzt wieder zurück. Hallo. Ich bin gerade das Video hier am Schneiden. Das ist jetzt 40 Minuten geworden. Das war viel länger gewesen. Und jetzt will ich die neue Entwicklung noch da hinzuschneiden, weil es geht ja um eine Scarlett Lewis und hier ist von Frau Scarlett Lewis ein Video aufgetaucht vor ein paar Minuten, vor einer Stunde vielleicht. Und hier heißt es I think he's been held accountable. Ich denke, dass er zur Verantwortung gezogen wurde. Kann man vielleicht übersetzen. Hier haben wir dann Scarlett Lewis. Das ist jetzt vom 6. August 2022. Und jetzt kann man sich mal die Videos angucken, wie sie darauf reagiert, weil Alex Jones hat da wie gerade eben gesagt, dass er ihr einen Zettel geben möchte mit seiner Telefonnummer drauf und dass er dann möchte, dass die nächste Woche die Frau Lewis, Scarlett Lewis, dass sie in seiner Sendung auftritt. Wegen der ganzen Liebe und Empathie dabei. Und da sollte man auf jeden Fall aufhorchen und auch skeptisch sein bei Alex Jones, weil das kann da wieder mal für sich selber nutzen, aber da komme ich gleich zu. Ich möchte jetzt erst mal, bevor ich jetzt, oder ich gehe jetzt mal auf diese Frau ein und dann komme ich gleich zu anderen Sachen noch. Aber ich mache es jetzt kurz, so kurz wie möglich, weil ich will das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Jetzt haben wir dann das hier. Es braucht einen Augenblick, damit das auch geladen wird. All die Sandy Hook families, all die people that live in Sandy Hook families, all the people that live in Sandy Hook and then the ripple effect that had throughout the world. And so that was a cathartic moment for me to literally watch that video that had clips of Jesse running, you know, after all the times that he said Jesse didn't exist to make him sit there and watch that Also sie hat jetzt Video Aufnahmen von ihrem Sohn gesehen Louis Jesse Louis da hat sie Video Aufnahmen gesehen und es war katharsisch für sie also ein befreiendes Gefühl hat sich dabei ihr breit gemacht zu sehen dass ihr Kind am herumlaufen ist und existiert weil Alex Jones die ganze Zeit gesagt hat dass der nicht existieren würde und da kommen wir gleich ein paar andere Sachen die dazu behandeln sind die sie selber jetzt sagt und sie hofft jetzt dass er aus dieser Geschichte auch gelernt hat wenn wenn er zur Rechenschaft gezogen wurde damit er daraus lernt und das sich auch zu Herzen nimmt wenn man mal ans Herz denkt Hillary Clinton hat ja über Alex Jones gesagt dass er ein dunkles Herz hat also ist Alex Jones Herz jetzt wirklich so ein dunkles Herz oder ist da auch jetzt Raum erzwungenerweise gekommen wo er jetzt einsehen muss dass er das nicht mehr ignorieren kann er möchte ja nicht der Sandy Hook Mann sein wie es in den Medien immer geheißen hat weil er viel an andere Arbeit auch gemacht hat weil er viel andere Arbeit gemacht hat die dadurch nicht mehr gesehen wird aber das hier ist jetzt etwas was ihn dazu zwingen muss zur Einsicht zu kommen dass der auch viel anderen Käse gemacht hat aber später mehr dazu vielleicht also es ist eine Möglichkeit eine Entscheidung die man treffen kann auch in der Entscheidung der Liebe beherzigt oder ob man Hass und Lügen und Propaganda macht Desinformation das ist eine Entscheidung aber wenn jetzt ein komplexes Thema wie ist das jetzt bei Narzissen und Empathie können die wirklich Empathie empfinden können die wirklich die Liebe empfinden oder wird das dann alles genutzt mit diesen schönen blumigen Worten um halt zu manipulieren wird er jetzt manipulieren oder wird er wirklich gelernt haben können was ist jetzt hier Anbach es geht immerhin um seine Existenz und bei Narzissen ist das ja so dass die diese Fake Identität haben und diese Fake Identität die scheint bei Alex Jones einbrechen zu können wenn jetzt ein ganzes Medien Imperium gefährdet ist sag ich mal da muss man gucken ob der jetzt daraus lehrt oder ob da der nächste Schlamassel bald schon folgt und sie hat halt die Hoffnung dass er halt jetzt die Liebe wählen wird aber wie das so für toxische Beziehungen auch ist mit Narzissen ist das ja oft so dass die Opfer eben auch die Lügen glauben und dann immer denken er wird sich wandeln er wird sich ändern er wird sich ändern und dann trotzdem weiter in diesem Missbrauch Zyklus drinnen bleiben und es immer weiter schlimmer wird und deswegen sollte man skeptisch bleiben bei dieser ganzen Angelegenheit gerade wenn es jetzt hier um Opfern geht und er sich den Opfern annähern möchte um zu zeigen dass er ein ganz guter ist dann gehe das können wir uns auch mal jetzt hier angucken bieten nur eine Zeit brauchen zum laden ein bisschen komischer Weise das ist halt so Pause zurück also hier sitzt Alex Jones Alex Emmerich Jones und jetzt wird ihm erzählt was es heißt eine Mutter zu sein die ein Kind verloren hat also selbst diese Woche hat die Frau gesagt hat Alex Jones impliziert dass sie eine Schauspielerin sein soll Deep State vom tiefen Start das ist er hat nicht gelernt in all den Jahren da ist jetzt so viel Zeit vergangen seit Sandy Hook seit 2012 das sind jetzt zehn Jahre zehn Jahre und jetzt hat er noch immer impliziert dass sie ja dann so ein actor sei so ein crisis actor oder was auch immer man da jetzt so damit meinen kann ich denke man das geht wieder auf crisis actor drauf ein wenn das impliziert wird schief verstehe das so vital zu unserer Welt das ist was wir base unsere realität auf und wir müssen agree an das haben eine civil society Sandy Hook ist ein hard truth hard truth nobody would ever believe that 26 kids could be murdered nobody would ever want to believe that I understand people not wanting to believe that actually I don't want to believe it but I've since that day dedicated my life to keeping kids safe it's our responsibility I used to think it was the school's responsibility it's actually our responsibility and I've dedicated my life to that and having a quarter of Americans doubt that Sandy Hook happened or doubt the facts around Sandy Hook is not conducive to keeping our kids safe it's not and now it's said she that it's not not that it's it's not if you doubt that 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 such mass murder can happen when that it's just just inszen from the government when that all it's crisis actors and there are activities that happen and it's our responsibility to keep our kids safe this happened almost 10 years ago we've had over 350 school shootings since then we have to keep our kids safe Jesse was real I am a real mom there's nothing out there nothing there's records of Jesse's birth of of me I mean I have I have a history and there's nothing that you could have found because it doesn't exist that I'm deep state it's just not true I know you know that that's the problem I know you know that and you keep saying it you keep saying it also er lehnt das jetzt ab mit seiner Körpersprache nein ich hab das nicht gesagt aber sie sagt doch du machst damit weiter du sagst es immer noch ich krieg grad übelste Gänsehaut was stimmt mit diesem Mann nicht was stimmt mit Alex Jones nicht ich mein gut man kann darüber sagen er hat eine nazistische Persönlichkeitsstörung aber ist das alles kann man das darauf reduzieren was stimmt mit diesem Mann nicht mit seiner Ansicht über die Welt und wie er da diese Weltbilder wie er sein Weltbild da verbreitet und dann immer wieder da wie so ein Wendehals ist mal so mal so und sich da immer herauswinden möchte was stimmt mit dem nicht also für Geld macht er es nicht er denied it he denies it mit seiner Körpersprache mit der nonverbalen Körpersprache das ist auf jeden Fall eindeutig er hat es abgelehnt ich weiß dass du mir glaubst dass ich recht habe aber du wirst es trotzdem wieder in deiner Sendung verbreiten diese Lüben das ist echt echt harter Tobak das ist echt eine harte Wahrheit die Alex Jones auch mal begreifen muss über sich selbst dass er sich zu reflektieren hat wie gesagt bei Narzissen ist das so das Problem dass die erst in Therapie gehen wenn deren eigenes Leben ein Scherbenhaufen geworden ist oder sie Depressionen haben oder weiß der Geier was die werden erst nur herumjammern wie schlecht es ihnen selbst geht aber die anderen Menschen das sind selbst nur 2D Menschen das ist nur 2D alles für die denen passieren zwar auch irgendwelche Schicksale irgendwelche dramatischen Sachen tragischen Sachen aber davon sind die emotional so weit weg dass die sagen können was die wollen die werden es trotzdem nicht richtig begreifen das ist glaube ich ein Problem bei Alex Jones dass der eben so ein großer Sprachrohr geworden ist Jones began developing his conspiracy theories as a teenager he grew up the oldest child of a dentist and a homemaker and went to high school in Austin Texas I read a lot of history books when I was a kid and I also had family that was educated so I mean I just knew how things actually worked versus what the news was saying sometimes After a brief stint in community college Jones found his calling at public access TV in Austin he went into business for himself founding Infowars in 1999 many doubted his prospects but he's now worth millions I'm Alex Jones your host Infowars makes most of its money by selling products like mail supplements it has just come off of me and soon there'll be nothing left the main pitch man Jones himself I mean it costs 45-50 million dollars a year to run this how much money is being made well the money that's made is pretty much put back into things Jones uses that money to spread his message a message that has caused enormous pain what he has done is he has injected this sort of toxic paranoia into the mainstream of conservative thought in a way that would have been inconceivable a couple of decades ago we're talking about somebody who traffics in some of the sickest most offensive types of theories at the top of that list is Jones' outrageous statement that the slaughter of innocent children and teachers at Sandy Hook Elementary School one of the darkest chapters in American history was a hoax I lost my son I buried my son I held my son with a bullet hole through his head Neil Hesland's son Jesse just six years old was murdered along with 19 of his classmates and six adults on December 14, 2012 in Newtown, Connecticut I dropped him off in 904 that's when we dropped him off at school with his book bag hours later I was picking him up in a body bag Alex Jones repeatedly claimed that the shooting never happened here he is on Infowars in December 2014 but it took me about a year with Sandy Hook to come to grips with the fact that the whole thing was fake you said the whole thing is a giant hoax how do you deal with a total hoax it took me about a year with Sandy Hook to come to grips with the fact that the whole thing was fake I did deep research and my gosh it just pretty much didn't happen at that point and I do think there's some cover and some manipulation that is pretty much what I believe but then I was also going into devil's advocate but then we know there's mass shootings and these things happen so again you're trying to have it always right no I'm not if you wrongly went out there and said it was a hoax that's wrong but what I already answered your question was listeners and other people are covering this I didn't create that story but Alex the parents one after the other devastated the dead bodies that the coroner autopsy and they blocked all that and they won't release any of it that's unprecedented all of the parents decided to come out and lie about their dead children I didn't say that what happened to the children I will sit there on the air and look at every position and play devil's advocate was that devil's advocate the whole thing is a giant hoax the whole thing was fake yes because I remember in even that day I'll go back from memory then saying but then some of it looks like it's real but then what do you do when they've got the kids going in circles in and out of the building with their hands up I've watched the footage and it looks like a drill when you say das sieht wie ein Drill aus damit meint Alex Jones einen Regierungsdrill wo ein Amoklauf geübt wird das sah für ihn wie eine Übung aus deswegen hätte er des Teufels Advokate gespielt oder wie das heißt parents faked their children's death people get very angry oh I know but they don't get angry about the half million dead Iraqis from the sanctions or they don't get angry about all the illegal that's a dodge no no it's not a dodge the media never covers all the evil wars in our interview we asked Jones numerous times what he now believes and he never completely disavowed his previous statements